Schmeißt Andreas Ludwig, 27, nach nur sechs Monaten beim FCM entnervt das Handtuch. Darüber diskutiert Fußball Magdeburg seit Wochen. Nur der begnadete Techniker hat bisher eisern geschwiegen, wollte seine persönliche Miseranie in den Mittelpunkt stellen und keinen Nebenkriegsschauplatz mitten im Kampf um die 2. Liga eröffnen. Doch mittlerweile geht es um seine Reputation als Profifußballer. Deshalb äußert er sich jetzt erstmals zu seiner Lage. Ludwig, derzeit mit Frau und Freunden im Weihnachtsurlaub in Dubai, sagt zu BILD, Ich bin unzufrieden. Und ich werde die Tage hier nutzen, um über meine Zukunft nachzudenken. Es muss eine Entscheidung her. Nächste Woche bin ich wieder in Magdeburg und dann muss eine gefunden werden. RW Erfurt und der FC Kale Zeiss Jena Beide Teams haben bisher einen enttäuschenden Zuschauerschnitt bei den Liga-Heimspielen. Drittlich ist Aspach verzichtet erstmals auf eine Wintervorbereitung in der Fremde. Am 3. Januar ist nach 17 Tagen Urlaub Trainingsauftakt. Bedächtige Worte in einer für ihn hochexplosiven Lage. Immerhin hatte ihn der 1. FC Magdeburg im Sommer als Königstransfer aus Hollands Ehrendivision vom FC Utrecht geholt. Mit der Erfahrung von 42 Erstligaspielen in Holland, 6 Bundesliga, Hoffenheim, und 38 Zweitliga-Einsätzen, Allen, 1860 München, sollte er die zentrale Figur beim Wandel vom Kampf zum Qualitätsfußball sein. Ein Anspruch, dem er sich stellen wollte. Doch alles kam anders. Trainer Jens Hertel, 48, hat den wuchtig erfolgreichen Qualitätsfußball installiert. Ohne Ludwig der Stand bis Oktober nur 488 Hinrundenminuten auf dem Platz und ist seitdem teilweise nicht mal mehr im Aufgebot. Spielertypen, die sich über Technik definieren, haben es bei Hertel schwer. Gerrit Müller, Manuel Faro Napolido oder Piotr Quilong scheiterten schon vor Ludwig.